Ja, Daniel, du darfst dich freuen. Auch du bekommst von mir ein Cracked Egg. Wenn bei dir jetzt die ganze Zeit nur Cracked Eggs rauskommen kann, dann werde ich ein bisschen... Was kann ich denn? Guck mal, da wird schon direkt gesagt, dass ich schummele. Nur weil du jetzt ein Cracked Egg bekommen hast? Yes! Nein! Nein! Was? Nein! Was? Verdient! Verdient! Weil ihr mir das schlechte Ei gegeben habt, habe ich jetzt ein Legendary Pet bekommen. Yo! Was bleibt? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Adopt-Me-Glücksrad-Challenge, wo wir wieder tauschen müssen. Und zwar geht es heute um die Eggs hier. Und zwar Pet Egg, Royal Egg, Cracked Egg und das Urban Egg mit Danja und Lena. Und erstmal gute Besserungen bitte in die Kommentare an Lena, weil Lena ist etwas angeschlagen heute. Aber sie macht trotzdem mit. Läuft wie folgt. Wir drehen das Glücksrad, aber nicht für uns selber, sondern wir müssen danach immer tauschen. Das heißt, man dreht immer zweimal das Glücksrad und diese Eier sozusagen gehen dann an die jeweils anderen. Und ich würde sagen, wir machen so ein paar Runden. Mal gucken, wie es läuft. Und jeder dreht das Glücksrad selbst, bevor ihr noch sagt, ich schummele. Okay? Alter, du machst das immer so kompliziert. Ach, wenigstens verlieren wir heute mal. Hä, warte, ihr müsst doch einfach nur das Glücksrad drehen und die zwei Eggs, die angezeigt werden, die müsst ihr mit den anderen tauschen. That's it. Was ist daran jetzt kompliziert, Danja? Ja, anstatt das einfach zu drehen und selber auszupacken. Können wir mal starten? Nö, weil sonst sagt ihr, ich schummele. Und aus dem Grund wollte ich das nicht. Okay, ich würde sagen, wir drehen erstmal alle drei gleichzeitig. Mal gucken, was als erstes rauskommt. Okay, bei mir steht's fest. Mhm. Ich hab auch das erste. Muss ich das zweite auch direkt drehen? Ja, ne? Nö, wir können ja erstmal sagen, was habt ihr denn als erstes? Ja, nee, sag doch erstmal, wer das bekommt von wem. Achso, ja, wie ihr wollt. Also, das könnt ihr euch aussuchen. Okay, meins bekommt Lena. Okay, Lena bekommt was von dir? Ein Royal Egg. Okay. Uh! Lena, was hast du? Ein Cracked Egg. Okay, das bekommt wahrscheinlich ich? Yes. Ja, und dafür bekommst du auch mein Cracked Egg. Ach, schade. Okay, Runde Nummer zwei, direkt drehen. Was bekomme ich eigentlich? Ja, wir drehen doch jetzt ein zweites Mal. Achso. Ach, Danja, ehrlich, du machst es kompliziert, finde ich immer. Ja, ich find's aber auch echt kompliziert. Ja, Danja, du darfst dich freuen. Auch du bekommst von mir ein Cracked Egg. Dann bekommst du von mir ein Pet Egg. Sehr schön. Ich hab ein Royal Egg anzubieten. Ja, das gibst du ja anscheinend, Danja. So, also Lena bekommt mein Royal Egg. Wenn bei dir jetzt die ganze Zeit nur Cracked Eggs rauskommen kann, dann werde ich ein bisschen... Was? So. Was kann ich denn? Guck mal, da wird schon direkt gesagt, dass ich schumle. Nur weil du jetzt ein Cracked Egg bekommen hast? Naja, weil Lena auch direkt eins bekommen hat. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, weiß ich nicht. Finde ich, finde ich sass. Ja, immer, immer direkt, finde ich sass, finde ich sass. Dann können wir das erste direkt auspacken. Warte. Ja, hallo, los jetzt. Mir fehlt noch das Royal Egg von Lena. Also, sorry, du bist eine absolute Rentnerin, wenn es um sowas geht. Schön. Ich mache alles langsam. Ja, ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Ja, Lassi, sie ist gerade krank. Ja, sorry, wenn sie jetzt nicht krank wäre, wäre es genauso schlimm. Willst du nicht meins haben? Willst du nicht meins haben? Ja, los, gepackert. Ja, jetzt auf einmal. Los jetzt. Das ist die Challenge. Ja, das kannst du mir aber so einfach geben. Dafür brauchst du nicht traden. Ja, weil ich gleich ich. Braust du nicht. Du kannst es mir so geben einfach. Soll ich öffnen? Ja, können wir machen. Let's go. Meine Arme ist es. Ja, also, bisher nicht so gut. Eher so mittel, eher so mittel gerade, muss ich sagen. Wir haben jetzt das Royal Egg und ich habe das Pet Egg. Mal gucken, was da rauskommt. Wenn jetzt aus deinem Pet Egg was Besseres rauskommt, als aus unseren Royal Egg. Boah, ich hoffe. Komm, komm, komm. Yes! Nein! Nein! Was? Nein! Was? Nein! Alter. Verdient. Verdient. Weil ihr mir das schlechte Ei gegeben habt, habe ich jetzt ein Legendary Pet bekommen. Das ist mein fünftes Anycorn schon. War das nicht von mir, das Pet Egg? Ja, hast du Pech gehabt. Hast du wohl Pech gehabt. Natürlich. So, okay, alles klar. Runde Nummer zwei. So, wir drehen, bitte. Ich will jetzt auch was seltenes Legendary. So, Danja, du bekommst das Pet Egg von mir. Was bekommst du? So, jetzt würde ich mal so machen. Die erste Runde bekomme ich jetzt von euch. Also das, was ihr als erstes gedreht habt. Ja, dann hole ich dir doch direkt dein Ei. Okay. Okay, erste Runde bekommst du das Urban Egg von mir. Okay. So, ähm, das bekommst du, Lena, gleich. Ja, du hast von mir auch schon mal... Warte, wann kriegst du das? Ich habe auch schon... Danja, du kriegst auch ein Pet Egg von mir. Ach, hab ich schon zweimal gedreht? Moment, Moment. Also, Kahn bekommt ein Urban Egg und Lena bekommt ein Correct Egg. Oh, tut mir leid, Danja. Deins hast du schon bekommen? Ja. Ja, bisher also die Ausbeute in der ersten Runde. Leute, ziemlich gut. Und es ist eine faire Challenge, weil das Glücksrad entscheidet. Bevor ihr euch jetzt beschwert und sagt, äh, ja, das war mein Ei und so. Ist alles fair. Ja, ist alles super fair. Wunderbar. Bei meinen Eiern fehlt die Krone. Das ist ja nicht schlimm. Ich hätte aber gerne ein Grün. Ich bin einfach hart. So, seid ihr soweit? Royal Eggs sind eh blöd. Royal Eggs sind richtig doof, muss ich sagen. Seid ihr soweit? Ja, soll ich auf drücken? Ich packe es jetzt aus, egal. Ja, kann wir machen. Ich sprühe es halt. Komm schon. Oh, es ist eine Maus. So, was habe ich bekommen? Oh, today is not the day. Danke. Oh, ein Corgi. Was geht denn bei dir heute einfach ab? Hast du irgendwie gecheatet oder so? Hast du die Leute von Adopt Me angerufen und gesagt, ich mach mal Glück hoch bei mir? Bitte jetzt, äh, Ei Nummer zwei. Ah, ich habe auch einen Corgi. Ja, es ist, äh, natürlich die Felsentaube. Ja, hast du ja schon dein ganzes Ami. Oh, habe ich eine Lama? Okay. Nein, Kamel. So, ich würde jetzt einmal zum, äh, Wechsel in der dritten Runde, drehen wir einmal das Glücksrad und das, was wir da rausbekommen, ist dann für uns. Okidoki. Let's go! Manni muss ausgegeben werden. Es ist ein Royal Egg. Hä, muss ich schon wieder? Oh mein Gott, wie schnell gehen denn hier die Bugs weg? Okay, bei mir ist das erste ein Pet Egg. Hallo, nur eins. Wir haben gerade gesagt, nur einmal drehen. Achso. Für uns selber. Aber gut, dass du wieder zuhörst, Danja. Ergänzt mich doch. Ja. Ich bin der Meister im Zuhören. Ja, da teilen wir uns aber den ersten Satz. Und dafür können wir gerne einmal kurz, äh, vor die Kita. Ja, als, äh, du hast auch ein Royal Egg. Ich habe auch ein Royal Egg. Okay, dann bitte ausbrüten. So. Und es ist, ja. Ich habe jetzt auch einen Corgi. Ja, guckt mal. Ja, super, Danja. Ja, ich habe einen Wellensittich. Auch jetzt nicht super spektakulär. Ist einfach nur selten. Okay, alles klar. So. Dann heißt es jetzt wieder zweimal drehen. Ähm, aber vorher schon ansagen, für wen es ist. Okay, das erste ist für Kahn. Okay, mein erstes ist für Danja. Mein erstes ist für Kahn. Okay. Okay, mein zweites ist für Lena. Okay, ich habe mein erstes schon. Wollen wir jetzt sagen oder Überraschung? Wir können Überraschung machen. Ja, Überraschung. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich merke es nicht. Dann Nummer zwei. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, aber. Oh, ich finde, eine Person, da würde ich mich selber drüber freuen. Äh, Lena, das bekommst du einmal von mir. Du bekommst das. Und Danja, du bekommst das. Und Danja bekommt das von mir. Kriegst du ein wunderschönes Stadt-Ei. Ich krieg auch eins. Ja. Oh, ich hoffe, da ist die Katze wieder drin. Okay. Ich vermisse meine Katze. Alles klar. Ich habe einmal ein Haustierei von Lena bekommen. Danja, was bekomme ich von dir? Okay, auch ein Pet-Egg. Und ihr habt beide Cracked-Eggs von mir bekommen. Ja, natürlich. Schiebung. Ja, alles klar. So, können wir jetzt ausbrüten, bitte? Yes. Ich fange mal mit dem Cracked-Egg an. Ja. Ja, same. So, mein Pet-Egg. Das beste zum Schluss. Oh, schon wieder extrem selten. Ich glaube, ich werde nehmen. Ein Schwertfisch. Ja, ich werde auch nicht mehr. Ein Schwertfisch. Ich möchte aber mein Urban-Egg hier hinten auspacken. Das hat mir manchmal hier. Ein Schwertfisch. Ich möchte hier hin. Bisher läuft das wirklich sehr, sehr gut für mich. Ich bin meine Katze zurück. Ich vermisse sie. Ja, okay. Also, bei mir lief das heute gar nicht. Eine Maus. Komm schon. Kitty, 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 Kitty. Oh, es ist die Stechmücke. Schmeißfliege. Ich wollte gerade sagen Stechmücke, aber es ist die Schmeißfliege. Ja, sie ist auch süß. Aber ich hätte gerne die Katze gehabt. Also, so richtig gelaufen ist es ja heute nicht. Außer bei dir. Du hast einen Ellicorn bekommen. Ich habe einen Ellicorn, ich habe einen Schwertfisch, ich habe einen Corgi. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich würde noch gerne zwei Runden machen, wenn es okay ist. Okay. Okay, so. Dann drehen wir wieder. Mein erstes geht an Lena. Das dreht sich noch. Gut. Gut, zweites geht an Lena. Das erste geht an Dania. Okay, immer zweites geht natürlich dann an Karin. Okay, alles klar. Gut. Okay. Was lachst du jetzt? Nix. Okay, Lena, kurz stehen bleiben. Moment, ich muss es erst holen. Das bekommst du von mir. Boah, das ist ja echt teuer hier, Leute. Und, Dania, das bekommst du von mir. Mann, jetzt habe ich nicht mal mehr genug Robux-Kahn. Oh, sorry, ich wusste es nicht. Ja, tut mir leid. Aber wenn du die ganze Zeit das Royal Egg halt kaufen musst, dafür kann ich dir ja nichts. Ja, alles gut. Ich hole mich schnell. Ja, dann sag, ich brauche dich nämlich auch gleich. Lena, du hast von mir das Pet Egg bekommen. Ja, ich habe dir auch eins zurückgegeben. Und, Dania hat ein Cracked Egg von mir bekommen. Leider. Ich weiß, ich würde jetzt sagen, ich werde schummeln oder so, aber ich kann halt nichts dafür. Ja, ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass du schummeln wirst. Wie soll das denn gehen? Und bei mir kam dann das Royal Egg. Ja, du sagst einfach irgendwas anderes. Also, wie auffällig ist das denn? Bei mir kam das Royal Egg, aber bei euch kommt die ganze Zeit was anderes. Also, sorry, so dumm bin ich dann auch nicht. Aber mir gefällt die Challenge bisher. Sehr, sehr gut. Ja, ist mir schon klar. Elicorn, Corgi, Schwertfisch. Guck mal. Hallo. Ich bin immer noch nicht über den Schmerz hinweg, dass ich all meine guten Pets abgegeben habe letzte Woche. Okay, Lena bekommt... Achso, du wolltest handeln? Genau, ich muss handeln mit dir, weil du bekommst wieder ein wunderschönes... Oh, danke. Bekomme ich das Royal Egg? Mhm. Let's go! Verdammt, ich dachte, das wäre für mich. Ich rieche schon das Elicorn. Äh, das Cracked Egg hast du von mir ja schon bekommen, Danja? Ja, ich freu mich auch, das auszupacken. Das Ding ist halt, ich weiß halt, dass ich... Dass ich da wieder Fächer haben werde. Ja, das ist halt deine Schuld, nicht meine. Ja, nicht meine Schuld. So, okay. Kannst du mal mein Elicorn bitte loslassen? So, als erstes dann das Pet Egg. Ja, guck, du hast doch auch ein Cracked Egg für Lena geholt. Sag ich jetzt, du bist auch am Schummeln? Oh! Schon wieder ein Korki! Guck mal, wir haben René und Claudio ausgepackt. Ja, aber guck mal, schon wieder extrem selten. Was ist denn heute los bei mir? Ja, das frage ich mich allerdings auch, Kat. Let's go! Ja, Mäuschen, du bist leider nur gewöhnlich. Okay, das Royal Egg. Royal Eggs sind echt so der größte... Also, Scam einfach. Einfach Scam. Ja, warte, warte. Ich brauche Robux. Vielleicht nutze ich das ja bei mir. Ich kann mein Ei nicht mehr. Ey, schon wieder was extrem Seltenes. Ich freue mich voll, das hat sich heute richtig gelohnt bisher. Ich kann mein Ei nicht auspacken, Manni fehlt. Ja, okay, warte, dann gib mir das kurz her, dann packe ich das für dich aus. Komm, dann bring mir mal Glück. Ja, ich versuch's. So, das ist jetzt wirklich schon ziemlich viel. Also, bisher, heute, habe ich sehr, sehr viel Glück. Aber es ist ja auch dein Ei. Ach, guck mal! Oh! Siehst du? Ey, Kahn, kannst du bitte nur noch meine Eier auspacken? Ich schwöre, Kahn bringt heute mega Glück. So, okay, wir machen die letzte Runde. Noch zweimal drehen und das erste... Was, nochmal? Alter, willst du, dass ich hier arm werde? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, Danja, kann ich kurz sagen, dass wir letzte Woche bei dir 40 Eier geöffnet haben, in einem Video. Also, es dürfen keine zwei Royal Eggs sein, weil dann bin ich auch schon pleite, Leute. Ja, das Glücksrad entscheidet. So, okay, erste Runde ist für Danja. Ja, komm, dann mach ich auch Danja. Boah, das wird Danja nicht gefallen. Danja, du machst mich arm. Ich? Ja? Okay, Danja, das ist für dich. Boah, ich hoffe, ich krieg das noch hin. Und, ähm, ich hab auch ein Cracked Egg für dich, Lena. Ja, ich hoffe, okay, kannst du ja mal machen. Ja, das öffne ich für dich. Ja, muss ja eh. Ist jetzt die Frage, krieg ich das noch gekauft? Jo, krieg ich noch. Alles gut, ich öffne deins. Ja, ich glaube, ich muss Handel machen wegen dem Royal Egg, würde ich mal sagen. Ja, okay, ich hab ein Pet Egg bekommen. Das nehme ich. Ich hab dir schon das Pet Egg gegeben. Danke, es ist ein unausgewogener Tausch. Ja, und was bekomm ich von dir, Lena? Ja, warte. Du bekommst das. Ach ja. Gut, ähm, das, äh, erst, dieses Cracked Egg, das ist jetzt für mich. Und wir können auch direkt öffnen. Ja, äh, jemand muss meine, ich hab aber nur ein Ei. Ah, nee, das hab ich gegeben. Das heißt, das von dir, Danja, war ein Haustiereck? Ja. Da muss ich dir das zurückgeben. Das hier ist meins? Okay, das ist nur eine Ameise. Und, ähm. Hä, ach so, ich muss das für dich auspacken. Ach so. Ähm, ich pack auch. Okay, dann mach ich erst mal deins auf. Und, äh, warte mal kurz. Ja, das ist, das ist jetzt für dich. So. Was bringt ihr mir? Bringt mir Glück. Oh, noch ein Schwertfisch für Lena. Und eine Ameise. Immer im Cracked Egg ist eine Maus. Sehr schön. Und bei mir ein Pudel. Okay, also jetzt, äh, zum Schluss wurde es jetzt nicht so gut, aber es hat sehr gut angefangen mit einem Ellicorn, Corgi. Äh, zweimal Schwertfisch. Wirklich sehr, sehr gut heute. Oh, guck mal, Danja. Noch ein Schwertfisch. Ist heute irgendwie Schwertfisch-Tag? Kann sein. Pff, ich hab sonst so richtig selten Schwertfische. Einfach ständig einen Schwertfisch. Was ist denn hier los? Ja, das frage ich mich auch. Okay, Leute. Das war eine neue Adopt-Me-Glücksrad-Challenge. Äh, das Glücksrad hat entschieden, welche Pads wir sozusagen, oder, äh, welche Eier wir tauschen müssen. Und, äh, ich finde meine Ausbeute ist sehr gut. Von mir hat ihr jetzt heute nicht so Gutes bekommen. Dafür kann ich aber auch nichts. Weil, das ist halt das Glücksrad. Das ist die Challenge. Mir hat es wirklich sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was denn heute so los war in diesem Video, Leute. Vielleicht wissen dann Dania und Lena Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschööö.